Willkommen zurück zu Zombies Ate My Neighbors, da sind wir wieder, wir geben die Sache noch nicht auf, wir probieren es weiterhin und Krillin ist natürlich auch da, hallo. Jo, hallo, leicht angeschlagen, aber wir kriegen das heute schon irgendwie hin, hoffe ich auch. Hoffe ich auch, ja. Hatte ja schon leichte Internetprobleme, komplett ausfall gestern, ich hoffe mal, dass das heute bleibt, also die Nahrung bleibt. Immerhin hat mein Controller heute sofort Bock, vielleicht ist das ein gutes Zeichen, ich weiß nicht. Na, schon mal gut, ich spinne, komm runter. Ja, dann... Ah, da wurden Dosen geklaut. Ah, da geht's schon wieder los, da geht es schon wieder los. Okay. Ah, das hab ich jetzt gesammelt, na gut. Ist ja nicht schlimm. Ja, äh, so, was haben sie uns noch übrig gelassen? Da war was. Das war einmal Leben. Okay, gut. Hm, da, direkter über dir ist der Raketenwerfer. Ah, jetzt hier hat's, jetzt hier hat's. Oh je. Musste ich auch, ah, okay. Ah, jetzt konntest du killen, sehr gut. Okay. Oh, ja, ist gut. Nein. Okay. Hier rein, da folgen die dir nicht, äh, von oben aus. Mhm. Oh je, oh je, oh je. Geht wieder gut los. Naja, ich hab's ehrlich gesagt, hier nehmt ihr auch damit gerechnet. Okay, was haben wir sonst noch was? Ah, ich hab'n roten Trank, okay. Ohne... Okay, ich hab' zwei Tränke. Das ist schon mal gut. Ja, Kettenwerfer, hier einmal gegen die Wandballer vor uns. Äh, du meinst hier? Ja. Okay. Und hier einmal gegen. Und hier, ne? Passt das so? Ja. Sehr schön. Okay, immerhin, ich hab' zwei Tränke. Mal gucken, was wir noch eventuell kriegen könnten. Okay. Hier oben war der Quir, den brauchen wir leider. Ja. Ah, Gott sei die Viecher nervig. Oh ja. Okay. Ah, shit. Ah, komm schon, ich hab's hier vergessen, wir haben viel zu viel Leben schon wieder verloren. Naja. Oh shit, jetzt haben wir den noch geguckt, aber... Ei, ei, ei. Ja, wir haben aber auch noch nicht das optimale Mittel gegen diesen Missviecher gefunden. Ja, gibt's irgendwie auch nicht, ne? Ja, du hast schon den roten Tank ausgerüstet, was nicht so gut ist. Ja, ich könnte noch auf den hier switchen. Aber den roten benutze ich natürlich erst, ähm, bei den Würmern. War das echt hier? Ja. Ah, ja, ja. Naja, zumindest haben wir uns nicht direkt am Anfang verlaufen. Immerhin. Ja, Munitionsrechte sieht aber auch schlecht aus. Ja. Ach Gott, dieses Level. Das dürfen wir natürlich auch nicht speichern. Nee, ich hab nur ein Leben, nur nur zwei. Bis wir das mal perfekt hinkriegen, hei, hei, hei. Nimm du die Raketen aus mir leben. Okay. Oh. Dieses Missvie. Er kriegt uns aber auch immer wieder mal. Na, das fängt schon ein bisschen an zu erunkeln. Das gefällt mir nicht. Einmal starten. Ja. Ich hätte bei Vodafone auf jeden Fall nichts sagen wollen, dass die Leidung gut läuft. Das funktioniert bei Vodafone nicht so richtig. Ja, ja, die nutzen das dann aus. Dann was, da läuft's gut. Geht ja gar nicht. Na, ich logge den mal. Genau. Ups. Okay. Ah, Trottel. Zum Glück, der Jays ist nicht besonders helle. Ja. Die sind weniger das Problem. Ah, dass man da Pixel genau schießen muss. Die nehmen es ganz genau, ja. Ah, nicht rockeln. Ah, ich seh's wieder, wie du rumspringst. Ah, das war schlecht. Naja, ich versuchte den gratinierischen Slot, weil wir nach rechts müssen. Ah, ja, okay, okay. Ah. Ah, wo will er hin? Ah, okay. Hier war ein Schlüssel. Ja. Und Jason. Ja, der Schuss ist natürlich durchgegangen. Oh nein. Kannst du mich jetzt schon alleine lassen. Oh Gott, der... Ach, du bist auf jeden Fall bei mir ganz schön rumspringen. Okay. Ah, da war er heute erst Techniker da gewesen. Hat er überhaupt was gemacht? Naja, er hat ein Kabel getauscht gehabt und er meinte, dass zwar jetzt wahrscheinlich die Leitung ein bisschen besser geworden ist, aber die Hauptstörung sei wohl hier irgendwo auf der Straße, weil überall, die hat rechts unten lang, weil wohl überall Spannungsabfälle waren und alles. Ah, okay. Ähm, ich muss sowieso... Nee, ich hab eh keine Chance ohne dich. Ich werd mal gucken. Ich würd gern mal schauen, ob man irgendwie in das Haus kommt oder so. Vielleicht find ich ja noch irgendwas. Was uns helfen könnte, weil alleine hab ich ja eh keine Chance. Er ist oben an der Wand entlang, würde ich grad sagen. Mhm. Da hinten mal vielleicht. Waren wir da schon mal? Ah, da ist ja nicht wirklich was. Das ist nur... Gestrüpp. Ah, da hoch. Eieieiei, bist du bei mir rumlecken. Okay. Oben auch? Geradeaus, geradeaus. Ah, hier kommt man rein. Ah, der Umstand ist es höchstwahrscheinlich nicht wert, wenn wir gar keinen Schlüssel. Aber... Naja, ein bisschen Dosen. Äh, für einen Kodabomb. Clowns, ja gut. Ach, das war auch nur ein Zufall jetzt, ne? Das nächste Mal ist wieder nix drin, wenn wir es brauchen. Ja, das ist... Das lohse ich hier nicht für die zwei, drei Raketen da. Ja. Also die Rute, die wir sonst ausgeknobelt haben, die ist schon deutlich besser. Ja, ja, auf jeden Fall. Wenn wir wenigstens noch so ein Bonuslevel finden könnten, wie schon mal. Ja, das Problem ist, es kommen keine Bonuslevel mehr. Das haben wir ja schon gesehen. Wir haben ja schon alle Bonuslevel ansehen können. Ach ja, stimmt. Na gut. Dann versuchen wir es nochmal. Hoffentlich hält die Technik noch ein bisschen aus. Äh, ja. Ich habe die Befürchtung, da wird es wieder nur ein Part. Okay. Also, wenn die Technik so weitermacht, dann wird es nur ein Part. Mhm. Ich hoffe mal, dass die Technik überhaupt den einen Part aushält, weil ich hatte das schon einmal komplett weg. Ja, schauen wir mal. Ich weiß schon, wie du hier überlegen, nehmen wir heute auf oder nicht. Ja, ist halt blöd, dass ich das Wochenende nicht da bin, sonst hätte man es wieder verschieben können. Ja, aber wenn es halt, ja, wenn es nicht geht, dann lassen wir es lieber, weil so macht es ja keinen Sinn. Ich weiß es schon schwer genug. Ich weiß auch nicht, wie es bei mir aussieht, ihr vom Moment mal mit dem Internet, weil wir im Moment haben, wie gesagt, große Probleme hier in der Ecke. Okay. So, der klaut es wieder. Ach, lass mich nicht mehr. Ah, der hat ja mal keinen Waffel schon abgehauen. Ja. Ah, der läuft schon scheiße. Mhm. Ah, da bist du. Okay. Ach, Mist, ich habe dich ganz auch, äh, ich hätte, ich hätte auch nicht geachtet gehabt. Ja, ich war ja gerade tot. Ah, Gott. Diese Kackameisen. Äh, das können wir schon wieder knicken. Ja. Also, Raketen sind natürlich optimal für die, aber, äh, die bräuchten wir halt auch anderswo, ja. Na ja, ohne die kriegen wir auch wie vor die Spinne nicht klein. Ja. Ja, nee, können wir nochmal neu probieren, dass das, das kann schon wieder nicht. Das geht nicht. Oh, je, 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 je. Das kann ja heiter werden. Bis wir da mal einen gescheiten Versuch haben. Ja, wir hatten es ja ganz, relativ am Anfang. Hat mal so einen schönen Versuch mal. Aber, zwei rote Tränke gehabt und, glaube ich, noch so einen Fragezeichen-Trank. Wieso tönen die mich jetzt nicht? Okay. Du standst anscheinend auf einer Zeit, wo wir dich treffen. Aber guck dir mal allein diese Ameisen auf, um dich herum, an. Ganz schlimm. Dass die das aber auch nicht limitieren, ey. Kommt einfach unendlich da raus. Na, ich bin ja manchmal gespannt, wie der Nachfolger geworden ist. Ja. Hoffentlich nicht so fies. Keine Ahnung. Den habe ich bis jetzt nämlich noch gar nicht gespielt. Ja. Ich wusste ja bis dato gar nicht, dass es einen gibt, also. Ja, ich hatte den auch nur mal zufällig gesehen gehabt im Netz und sah an sich auch schon gut aus. Mhm. Ja, ich denke mal so ein paar 200 oder so haben wir da doch mal einen guten Start bei den Ameisen. Hoffentlich. Hm. Also die Quote ist auf jeden Fall schon lange hinüber. Ja. Was? Er hat mal eine Quote. Okay. Der hat... Ah, die haben... Der hat den Tank. Der hat den Tank trank. Dieses Mistvieh. Das ist ein... Ah, jetzt häng ich da noch fest. Shit. Nein. Ist er jetzt abgehauen mit dem Trank? Na ja, der steht ums Eck. Ah, jetzt hat er so einen Trank. Ah, kommt schon. Nein, ich habe auf dich geguckt. Verdammt. Oh nein. Ich hasse dieses Level. Wo bin ich denn da? Oh, scheiße. Oh, ich habe mich auch noch verloren. Das ist alles schief. Ich habe auch noch seltsame Soundbugs. Kommt auch noch oben dazu. Oh, Mann. Was ist denn da nur los, ey? Oh. Oh, Gott. Ob wir jemals dies, der würde ich schaffen. Also, richtig. Ist ja mal gar nichts, ne? Also, nee. Ach, nee, ey. Na, einen Zufallgetrank habe ich. Ein, ja. Hätten Sie uns das nicht weggeklaut? Aber wir brauchen diese insgesamt drei Tränke, Mensch. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Oh, zumindest einen zufälligen und einen roten. Ja, mindestens. Na, ich habe schon schon keine Waffe mehr. Ich auch nicht. Das ist doch schon wieder hoffnungslos. Oh, Gott. Ja, das bringt nichts. Ja, gut. Nee. Ui, 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 ui. Hm. Ja, wenn wir hier nicht ordentlich farmen, dann brauchen wir es gar nicht weiterzuprobieren. Weil die anderen Levels sitzen, ja. Eben. Wir brauchen hier einfach die Tränke und eine Möglichkeit, vielleicht noch ein bisschen das eine zusätzliche Leben. Mhm. Das Problem ist halt, dadurch, dass wir immer mit Passwort weitergespielt haben, fehlen muss natürlich jetzt die ganzen Waffen und alles. Ja. Wir haben es ja nicht in einen durchgespielt. Wir hätten direkt vor Anfang ein Safesales machen müssen. Das ist doch blöde. Ja, eben. Also sowas, wo du so schon extrem im Nachteil. Mhm. Ei, ei, ei. Irgendwie habe ich halt Déjà-vu. Mhm. Ach, nö, Internet-März nicht. Mhm. Das kommt dann ja auch noch jedes Mal dazu. Ja. Habs. Ja. Das ist ein Leben. Gutes. Ja. Nein. Oh, shit. Nein. Das ist aber auch so eine Scheiße. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Und natürlich kriegst du jetzt den Trank, ne? Den wir sonst im letzten Level nie kriegen. Das war der Rote. Also das war sogar der Rote, okay. Dann noch schlimmer. Ich habe mich verdrückt. Das hatten wir gerade mal relativ gut die Einungsgesamme. Und ich verdrückt mich eh. Ich depp. Ey, das ist... 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 Es gibt's noch nicht, ey. Soll einfach nicht sein. Ach, komm, eigentlich schon wieder vergessen, wir haben wieder nix. Ja, ja, komm. Lass uns sterben. Das hat gut angefangen. Das ist aber auch mit den zwei Wochen Pause dazwischen, wir haben sich dann ständig verdrückt. Doppelter Nachteil halt. Die ganze Pause plus dann zusätzlich noch die Sachen, die durch das Passwort halt wechseln. Also, man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass wir uns das einfach gemacht haben. Ja. In jederlei Hinsicht. Ich glaube, wenn man nach seinem Tod stehen bleibt, dann machen die einem nix. Oh, komm. Das war noch mal Cola-Bomben. Oh, Mann. Synchronsterben. Ist das deprimierend. Ja. Oh, Mann. Die haben es aber auch komplett übertrieben mit diesem Ameisen. Ganz schlimm. Dann auch noch so random alles. Plus die erwähnte Hitbox immer. Hm. Ach, ja. Okay. Na, die bleiben oben. Ja, aber da ist die Raketenwaffe auf Wanderschaft gegangen. Ja. Bleib aber auch stur an einem hängen. Ja, richtig eklig. Ach, lass mich gehen. So, was haben wir denn jetzt? Ich habe das Kreuz und zwei Tränke. Also die Fragezeichen. Kann gut sein. Kann aber auch schlecht sein. Ja. Jetzt bräuchten wir den normalen Trank noch. Bist du da oben? Ja. Ja. Oh Gott, jetzt muss man da durchkommen. Okay. Okay, jetzt ist die Frage, der rote Trank wurde er geklaut oder haben wir den nur übersehen? Den bräuchten wir auf jeden Fall. Du hast es irgendetwas eingesammelt. Das ist der rote. Ist der rote. Okay, okay. Oh Gott. Jetzt muss ich nur ein bisschen aufpassen auf mich. Oh. Komm, 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 komm. Du bist ja weg. Ja. Nein. Okay. Ah. Dieser Pest. Gott, seid ihr ätzend. Okay. Raus hier. Ach ja, da war ja noch Arketenwerfer. Ähm. Klingt das nicht anders. Ähm. Nee. Okay. Ah. Nein. Nein. Und schon wieder das nächste Mist. Es ist doch nicht zu fassen. Lässt mich nicht da rein. Äh. Okay. 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 Ehe lang. Nicht laggen. Rechts rum. Aha. Ähm. Wir können ja gleich vorsichtshalber safe staten. Wir müssen, wir haben ja trotzdem unser Passwort. Ja, klar. Wir können es doch mal probieren. Weil wir haben jetzt alle drei Tränke. Ja. Und ich habe noch einmal, äh, Energie. Wir haben zwei Leben noch jeweils, oder? Ich glaube. Mach mal besser gleich ein Safe-Set, nicht dass der Überlebende uns dahin rafft. Gute Idee. Ähm. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, welcher Knopf das war. Mhm. Sorry dafür, ich benutze so seinen Safe-States. Äh. Äh. Nicht hängen bleiben. Och nö. Wenn du jetzt abstürzt. Ja. Das ist der einzige Versuch hier. Mein Herz. Okay. Gut. Durch die Tür. Okay. Wenn wir angekommen sind, nochmal ein Schnitt. Ja, okay. Ja, aber du hast nur ein Leben, das gefällt mir nicht. Ja, du bist auf jeden Fall vollgepackt. Mhm. Aber alleine ist das die Hölle. Na gut, du hast noch einmal Heilung, ne? Ja, und ich kann noch in dem anderen Level die Heilung einsammeln. Ja, auf jeden Fall. Bevor sich nicht stehenbleiben. Ja, ja, ja. Geh hoch. Ja. Och, ich hab mich doch bewegt. Ja, aber nicht nach oben. Och, ist das ätzend. Super, ey. Na, komm. Oh, Netz. Das fang nicht auch an. Wie einfach alles gegen uns ist. Och, nö. Wieso ist der schon da außen? Okay. Einfach mal die Chasens killen hier. Wir brauchen leider viel. Wir brauchen leider viel. Oh, jetzt kriegst du genaue Schüsse. Wir wollen nichts riskieren. Mhm. Jetzt schnell. Hoch, 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 hoch. Okay. Ja, das hab ich auf dich geachtet. Okay, das war der Jason, der ist hier rausgekommen. Ah ja. Dass der auch mal alleine rauskommt, interessant. Ja. Hm. Okay, jetzt mal gucken, dass jeder Schuss sitzt. Ja, wir haben nämlich nicht mehr viel Muni. Was, nicht so viel bei so Raketen? Äh, nee. Ich bin grad gestorben, ich weiß es nicht. Nee, ich hab gar nichts mehr außer das. Shit. Ja, hm. Hast du ein Problem? Jason, wärst du mal so nett? Ah, ist das kack, nee, die machen das jetzt. Ach, ich lade einfach, weil. Ja, ja, ja. Ah, das ist jetzt auch noch nicht mal angenommen. Okay. Und jetzt direkt mit hochlaufen und stehen bleiben. Ja, das ist besser. Okay. Okay. Ja, jetzt hab ich genommen. Na egal. Oder? Ja. Hier hoch, in hochlocken und hochlocken. Na komm. Nein, sei nicht clever. Ah. Puh. Ah, das ist doch blöd, dass du grad hängen geblieben bist. Ah. Hoch, 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 hoch. Ja. Ah. Man bleibt auch so leicht hängen. Oh, jetzt fang ich wieder an zu ruckeln. Ah. Ah. Yo. Shit, shit, shit. Wir müssen nach oben. Hm. Ah. Ach, ich... Ach, da kann man rein, okay. Ja. Ah, scheiße. Fast schon schargeachtet. Wieso sind die Jays jetzt dabei nur so arme? Ach, das war's. Ja. Kann man eigentlich schon wieder laden. Ja. Ich hab das allein nicht. Wir müssen das Jays... Ja, kannst laden. Also das Jaysen-Lav müssen wir schon noch zusammen schaffen, irgendwie. Ja. Allein schon wegen deinen... Da ist nur der Wurm drin. Ja. Okay, letzter Versuch, würde ich sagen. Wenn wir mal drauf waren, ran und was ist... Dann gehen alle andere schief. Och nee, jetzt fängt's auch noch an zu laggen wieder. Ja, das ist der letzte Versuch. Es soll auch heute nicht sein, Leute. Wir müssen gucken, dass wir das an einem Lag freien und hoffentlich auch mal an einem Skill-Tag erwischen, wo wir nicht gegen die Jaysen sogar abkacken. Aber wir haben immerhin einen Safe-State. So einen halbwegs vernünftigen Run, der besteht. Vielleicht können wir darauf hier dann ausbauen. Oh, nö. Wieso kommt der denn hinterher? Gleich rum, gleich rum. Oh, man. Ah, jetzt hat er aufgemacht. Ja, hol mal erst den anderen Schlüssel. Ja. Der macht das sonst nie, ne? Der ist sonst immer da drin geblieben. Und jetzt auf einmal... Oh, das ist wien. Ach du heilige! Was ist denn da jetzt los? Vor allem, dass die zusammenarbeiten. Ja. Ja, die haben wir richtig umzingelt hier. Okay. Links rum. Nicht in die Jaysen rein. Es wird halt immer schlimmer. Ja. Nee, komm mal jetzt auf die Hälfte an die vorbei. Ach, nö. Ist hüpf' ich auch noch wie so ein Kanickel. Ja, genau. Arbeit ich schön nach unten. Schöne nach unten arbeiten. Genau. Schön nach unten. Schön nach unten. Ah. Rutter. 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 Nicht lecken. Rutter. Rutter. Nö. Rutter. Hüpf'. Ja, ich bin auf falsche Schale geguckt. Aber wir müssen runter, oder? Ja, aber nicht da. Wir sind so froh. Oh, Gott. Ja, okay. Lass nochmal machen. Also ich würde sagen, wenn wir... Wir können ja dann auch ruhig nochmal safe standen, wenn mal das Jason-Level gut läuft. Das haben wir manchmal schon so richtig fehlerfrei hinbekommen. Das muss ja wieder drin sein. Hey, heute geht nichts. Leute, es soll einfach nicht sein. Wir probieren es dann an einem anderen Tag wieder, wenn es mit weniger lags und so. Wir haben Safe State. Vielleicht können wir daraus was machen. Aber ja. Ich hoffe einfach mal, dass er ein Netz am Abadestab jeder ist. Weil das ist momentan mit Unity total für die Tonne. Ja, man merkt es ja leider immer wieder. Das ist auch natürlich dann sehr behinderlich, dass wir hier Fortschritte haben. Ja, zumal das Spiel ohnehin schon extrem schwer ist. Also gerade der letzte Teil hat es so angezogen. Ja, es ist schon schwer genug. Da brauchen wir alle Ressourcen. Und sei es jetzt vom Internet oder von Items. Wir probieren es. Wir bleiben weiter dran. Es wird noch in die Verlängerung gehen, wie so oft. Seid gespannt. Oder auch nicht. Ich weiß nicht. Aber ihr habt zumindest schon mal gesehen, dass wir drei Tränke haben. Das ist schon mal ein Fortschritt. Genau, genau. Wenn wir jetzt die Jason gut schaffen und die Würmer perfekt schaffen, vielleicht haben wir da sogar noch einen Chops. Ich meine, die zwei Levels können wir ja dann auch safe staten, wenn die perfekt laufen. Und wir wissen, dass wir die Jason schon mal perfekt gemacht haben und die Würmer sowieso. Und dann müsst ihr noch das letzte Level und hoffentlich mit guten Tränken. Und dann klappt es vielleicht. Ja, das ist jetzt einfach nur mehr oder weniger Hauptsache endlich durch. Und es bleibt natürlich zu hoffen, dass diese Fragezeichen-Tränke, dass die, ich weiß nicht. Es kann halt natürlich sein, dass das jetzt immer zwei Kack-Tränke sind. Die sind komplett random. Das habe ich schon gemerkt. Also die sind komplett random. Aber es kommt halt darauf an, ab wann sind sie random? Wenn du sie aufnimmst oder wenn du sie trinkst? Stimmt, das ist die Frage. Aber das werden wir rausfinden. Das ist schon teilweise ziemlich übel gewesen. Und bei mir zweimal der Insta-Kill-Trank oder zweimal den Zombie-Trank hinterher. Also das ist schon mehr als Anlag. Ja, absolut. Das ist schon echt unfair vom Spiel. Oh ja. Na gut, dann drückt uns die Daumen. Bei Grilling geht es dann demnächst weiter. Seid gespannt.